Einen wunderschönen guten Tag, Gentlemen, und herzlich willkommen zu diesem grandiosen Video, bei dem es um Folgendes gehen soll. Als ich gestern in meine Kommentarsektion gegangen bin, habe ich lauter Erschrecken Folgendes bemerken müssen. Es gab insgesamt 706 Kommentare, bei denen sehr viele zu finden waren, die hochintellektuell waren. Welches mir besonders gut gefallen hat, ist vor allem dieses hier. Hast du mal über Suizid nachgedacht? Schade, dass du es nicht getan hast. Wie konnte es aber dazu kommen? Die ganze Nacht saß ich voller Gedanken in meinem Bett und habe gegrübelt. Wie kann es sein, dass so viele negative Kommentare in meiner Kommentarsektion erscheinen? Wie ist das überhaupt möglich? Dabei haben wir so eine starke, wundervolle, liebevolle, grandiose Community. Irgendetwas muss doch nicht stimmen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich eine Nachricht von einem Freund bekommen. Mit Videos von Kollegen, die Reaktionen auf mein Video gemacht haben, wo ich über Andrew Tate gesprochen habe. Und sich darüber geäußert habe. Beispielsweise wie dieser junge Mann hier, der sich über mein Video geäußert hat. Und wie ich auf Andrew Tate reagiert habe. Oder dieser junge Mann hier, der auf den Typen reagiert hat, der auf mich reagiert hat. Und nachdem ich all diese Kommentare gelesen habe, wie beispielsweise, warum hast du dich nicht umgebracht? Hast du schon darüber nachgedacht? Und all diese Dinge dachte ich mir, vielleicht, vielleicht ist wirklich all das, was ich mache, falsch. Vielleicht geht es im Leben gar nicht darum, sein Bestes zu geben. Vielleicht geht es im Leben gar nicht darum, an sich zu wachsen oder zurückzugeben. Vielleicht geht es im Leben wirklich nur darum, Hass zu schüren. Vielleicht sollten wir alle in die Kommentarsektionen von anderen gehen und Hass schüren. Und allen schreiben, wie schrecklich sie doch sind. Und dass sie sich das Leben nehmen sollten. Und dass es eine dumme Idee ist, dass es sie überhaupt gibt. Vielleicht ist das der einzig richtige Weg. Vielleicht bin ich einfach nicht intelligent genug. Vielleicht bin ich einfach nicht smart genug. Alle, die diese Kommentare geschrieben haben und auch die Jungs, die die Videos gemacht haben. Ihr seid einfach viel schlauer als ich. Ihr seid einfach viel besser und viel schlauer als ich. Und ihr habt viel mehr Ahnung vom Leben und ihr habt viel mehr Plan. Und das, was ihr macht, ist einfach viel besser als das, was ich mache. Deswegen brauche ich auch gar nichts zu sagen. Ich meine, immerhin seid ihr einfach viel krasser. Und ich wünsche euch nur das Beste von Herzen. Macht weiter so. Geile Jungs, geile Typen, geile Sache. Aber jetzt will ich mal über etwas anderes sprechen. Und zwar möchte ich das richten an alle, die gerade mir zuschauen oder die zuhören. Und es soll darum um folgendes gehen. Ich habe dieses Video gedreht über Andrew Tate. Warum Andrew Tate? Ja, für alle, die ihn nicht kennen. Er ist extrem durch die Decke geschossen. Er wird mehr gesucht als Donald Trump oder Kim Kardashian. Und das Ding ist, seine Thematik im Waren vor allem das Thema Maskulinität. Dass du umsetzen sollst, dass du durchsetzen sollst, dass du Gas geben sollst, dass du machen sollst. Aber es gibt auch viele Dinge, die sehr extrem sind, die er gesagt hat. Beispielsweise, wenn seine Frau Onlyfans hat, dann sollte sie ihm 80% abdrücken, weil sie ja seine Frau ist. Heißt also, er macht sehr viele Bemerkungen, die sehr bestärkend sind. Aber es gibt auch sehr viele Bemerkungen, die negativ sind. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich will auf die Reaktionen eingehen von beispielsweise diesem Alpha Kevin. Wie, du kannst doch nicht einen Mann unterstützen, der diese Dinge getan hat. Angeblich. Er ist noch nicht nachgewiesen. Es ist immer noch alles im leeren Raum. Und es ist immer noch nicht sicher. Aber du kannst nicht diese Dinge verteidigen. Wenn er so etwas gemacht hat, kannst du doch nicht sagen, dass er trotzdem gute Merkmale hat oder Eigenschaften hat oder Sonstiges. Das Problem bei der Sache ist folgendes. Und deswegen ist das alles größer, als wir denken. Er wurde gebannt. Er wurde gebannt. Obwohl er nichts gesagt hat, was dazu aufruft, anderen zu schaden oder wehzutun oder Sonstiges. Das bedeutet, er wurde dafür gebannt, dass er eine Meinung vertreten hat. Das heißt, ich könnte theoretisch bei dir genauso sagen, hey, Alpha Kevin oder Sonstwer, ganz egal wer es ist, welcher Kanal es auch immer ist, das da, was du da gemacht hast, gefällt mir einfach nicht. Das da ist einfach nicht cool. Deswegen kann ich dich ja nicht vertreten. Deswegen banne ich dich jetzt. Ich banne dich jetzt einfach. Ist egal. Tschüss. Und das könnte ich mit jedem machen. Mit jedem. Und das ist eine Beschränkung der Freiheit. Und wie ich bereits gesagt habe in den letzten Videos, es macht scheinbar den Eindruck, dass alles beschränkt werden soll. Als erstes der Körper. Wir sind bereits mit unserem Körper beschränkt. Wir arbeiten, wir pushen dieses System, wir supporten es, wir tun alles, damit es funktioniert. Als nächstes die Sprache. Das heißt also, es wird immer mehr beschränkt, was wir sagen. Das scheint vielleicht nicht so eine große Sache zu sein. Aber wenn man sich mit Psychologie beschäftigt, versteht, wie mächtig die Sprache ist und dass das, was du sagst, enormen Einfluss auf dich hat. Beispielsweise ich bin Statements. Ich bin nicht so gut oder ich bin nicht so stark. Ich bin nicht toll. Ich kann das nicht. All diese Statements sorgen dafür, dass du anfängst, diese Glaubenssätze zu installieren in der Psychologie. Und wenn deine Sprache auf ganz bestimmte Art und Weise beschränkt wird und du nur noch bestimmte Sachen sagen darfst, was glaubst du, wird mit deinem Geist passieren? Und dann ist der letzte Schritt da. Die Psychologie. Das Bewusstsein. Unser Bewusstsein wird jetzt schon die ganze Zeit beeinflusst und genutzt. Ohne Ende. Früher mit dem Fernsehen, jetzt mit Social Media und irgendwann mit einer virtuellen Realität. Und wenn das erstmal passiert, dann ist es vorbei. Dein Freiheit ist weg. Und das, was dich im Kern ausmacht, ist deine Freiheit. Es ist deine Freiheit. Nichts anderes. Für alle, die hier zuschauen. Danke, dass es dich gibt. Danke für diese unglaublich wundervollen Kommentare. In dieser Community gab es wirklich kaum Hate. So gut wie gar nicht. Weil es eine unglaublich starke Community ist. Und weil jeder, der hier zuschaut, wirklich eine starke Mentalität hat. Und das sehe ich immer wieder. Leute, die sich gegenseitig pushen in den Kommentaren. Danke dafür. Das, worauf ich hinaus will, ist, dass unsere Wahrnehmung manchmal realer ist als die Realität. Wenn du beispielsweise emotional Schmerz verspürst, verliebt bist oder sonstiges, dann ist dieser emotionale Schmerz realer als die Wirklichkeit. Und wenn man es schafft, deine Wahrnehmung zu besitzen, dann ist alles vorbei. Dann ist alles vorbei. Dann wirst du gesteuert wie eine Puppe. Und Ende der Geschichte. Und dann brauchen wir gar nicht mehr darüber diskutieren. Wer, wie, wo, wann, was macht. Oder sonstiges. Sondern folgen wir noch. Ich rufe einfach dazu auf, immer kritisch zu denken. Niemals sofort das zu glauben, was man hört oder sieht oder sonstiges. Sondern sich wirklich intensiv damit zu beschäftigen. Denn ich finde, dass es viel zu wenige Menschen heutzutage machen. Wirklich kritisch alles zu hinterfragen. Und genau zu schauen, okay, was passiert hier eigentlich. Wenn man beispielsweise Andrew Tate nimmt, weil er ein gutes Beispiel dafür ist. Dann gibt es sehr viele Anschuldigungen, die sich sofort widerlegen lassen. Beispielsweise seine Universität, Hustlers University, die er verkauft. Die angeblich ein Scam sein soll, weil es ein Pyramidensystem ist. Ist kein Pyramidensystem. Ist Affiliate Marketing. Affiliate Marketing, genau das, was auch alle anderen YouTuber nutzen. Unter ihren Videos, um irgendwelche Produkte zu vermarkten. Um einen prozentualen Anteil davon zu bekommen. Nichts anderes. Einfach Affiliate Marketing. Nur auf eine geniale Art und Weise betrieben. Und zwar so, dass er sich selbst vermarktet dadurch. Als zweites, dass er Menschenhandel betreiben soll. Dass er Frauen bei sich zu Hause halten soll. Oder sonstiges. Diese Vorwürfe, also sexueller Missbrauch oder sonstige Vorwürfe, stehen an oberster Stelle von falsch gemeldeten Anzeigen. Es heißt also, es gibt unglaublich viele Menschen da draußen, die gerne melden, dass es sexuelle Übergriffe auf sie gab. Oder dass sie festgehalten werden oder sonstiges. Aber die nicht wahr sind. Okay. Und auch bei ihm wurde es widerlegt. Es wurde nichts gefunden. Es ist nichts passiert. Es war lediglich eine falsche Meldung. Weiterhin, dass er irgendwelche Frauen geschlagen haben soll. In irgendwelchen Videos. Wo es diese Videos wirklich gibt. Wo er diese Frauen geschlagen hat. Bei diesen Videos handelt es sich aber um Spielchen. Das heißt also, diese Frauen, die geschlagen wurden, sind aufgestanden und haben mehrfach Videos gedreht. Wo sie gesagt haben, hört zu. Das war ein Spiel. Wir machen das gerne im Bett. Das ist ein Ding von uns gewesen. Er ist mein Ex. Und ich liebe ihn. Er ist trotzdem ein wundervoller Mann. Ich habe nichts gegen ihn. Es ist alles in Ordnung. Und jeden Tag werden dir Dinge vor die Füße gelegt, die du glauben sollst. Und wenn du anfängst, dir einfach vorweg zu glauben, wirst du merken, dass du verloren gehen wirst. Denn ich will einfach, dass du eine Sache verstehst. Maskulinität ist ein Problem für diese Welt. Ein großes Problem. Weil Maskulinität dafür sorgt, dass du endlich deine Finger wegnimmst von diesen verdammten Pornos. Dass du endlich selbstbestimmt bist, nicht die ganze Zeit auf Social Media rumhängst oder Sonstiges. Oder Frauen hinterher läufst. Weil Frauen sind der Schlüssel, um die Männer zu regieren. Das begreift scheinbar niemand. Wenn ich ganz oben wäre, würde ich Frauen nutzen, um Männer zu steuern. Ganz simpel. Tupac hat mal gesagt, wenn du wirklich erfolgreich werden willst, mach Musik für Frauen. Denn dann folgen die Männer automatisch. Weil sie ebenfalls deine Mucke hören. Wenn du Immobilienhändler bist und deine Immobilie verkaufen willst, dann verkaufst du sie nicht dem Mann, der bezahlt, sondern der Frau. Denn die Frau wird ihn am Ende zu Hause überzeugen. Und es wird immer gesagt, dass es ein Patriarch gibt, dass Männer an der Macht sind, all dieses Zeugs. Aber am Ende besitzt immer die Frau die Macht. Ja, und das ist nicht böse gemeint. Das ist okay. Ja, das musst du einfach nur bewusst sein. Weil sie entscheidet, wen sie wählt als Mann. Sie entscheidet das. Niemand sonst. Und du siehst eben, wie mächtig Sex momentan ist. Egal ob die Pornoindustrie, egal ob Social Media oder sonstiges. Sex ist extrem mächtig. Und solange du als Mann nicht maskulin bist und immer noch glaubst, dass das wichtig wäre, wichtiger wäre, als deine Werte, deine Ziele und das, was du im Leben haben willst, bist du eine Spielpuppe, Mann. Du bist eine Spielpuppe. Nichts anderes. Du bist ein Mitläufer. Du läufst einfach nur hinterher. Du sagst das, was andere gerne hören wollen. Du tust das, was andere gerne hören wollen. Vor allem die Damen in deinem Leben. Weil du dir erhoffst, dass du ein bisschen Mitgefühl und Liebe bekommst. Weil du es nicht schaffst, mit deinen Werten und deinen Zielen über deinen Emotionen zu stehen. Und stattdessen in deine emotionale Abhängigkeit reinfällst. Und die ganze Zeit danach trachtest, diese Aufmerksamkeit von dieser Welt zu bekommen. Aber, sobald das vorbei ist, sobald du anfängst, deine Emotionen im Griff zu haben, sobald du anfängst, dir im Klaren darüber zu sein, was für dich als Mann zählt im Leben, was deine Werte sind und was wirklich, wirklich wichtig ist, indem du beispielsweise nicht alles durchgehen lässt, egal ob deine Frau oder deine Männer in deinem Leben. Beispielsweise, wenn sie entscheiden sollte, ey, ich möchte mit ein paar Jungs rausgehen oder sonstiges und du sagst, nein, möchte ich nicht, dann möchte ich leider nichts mehr mit dir zu tun haben, sorry, will ich nicht. Dann wird es Dinge geben, die kommen werden, wie beispielsweise, ja, du bist unsicher. Du bist toxisch, du bist dieses, du bist jenes. Aber am Ende ist es einfach nur eine Frage deiner Werte. Denn umgekehrt passiert es oft, dass wenn du mit vielen Damen rausgehst, es ein Problem ist. Es ist ein Problem plötzlich. Nein, das geht nicht, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht dieses, das kannst du nicht jenes. Okay, und das sehe ich immer wieder. Ich arbeite mit Männern. Konstant, nonstop. Ich habe konstant, von morgens bis abends, nur mit Männern zu tun, die mit diesen Geschichten zu tun haben. Immer. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo sie wirklich zurück in ihre Maskulinität kommen, merken sie plötzlich, dass sie endlich den Respekt bekommen, den sie immer haben wollten. Weil sie ihn sich selbst geben. Weil sie endlich anfangen, sich selbst zu respektieren und nicht mehr auf die Scheiße hören, die von anderen erzählt wird. Denn es ist dir nicht verboten, du selbst zu sein. Zu dir zu stehen. Deine Werte zu haben. Und zu wissen, was du wirklich willst. Ist dir nicht verboten. Auch wenn die ganze Welt es dir erzählen will. Und wenn es keine Menschen gibt, die das sagen oder darüber aufklären, dann wirst du weiterhin verloren gehen und mental am Boden sein. Heißt also, wenn du bereit dazu bist herauszufinden, wie du das Ganze wahrmachen kannst. Wenn du herausfinden willst, was du als Mann wirklich willst im Leben. Um wirklich du selbst zu sein. Und wirklich nur noch Menschen in dein Leben zu ziehen, die wirklich zu dir und deinen Werten passen. Dann lege ich dir wirklich ans Herz. Bewirb dich unbedingt für ein kostenloses Erstgespräch. Dort werden wir nochmal genau schauen, wo genau dein Problem ist und wie wir dir helfen können. Und wenn das Ganze zusammenpasst. Wenn deine Zusammenarbeit Sinn ergibt, dann können wir gerne weitermachen. Ansonsten kannst du all die Ratschläge aus dem Erstgespräch mitnehmen und schon mal damit arbeiten. Deswegen, ich hoffe dieses Video war einigermaßen aufschlussreich. Es ist unglaublich wichtig, dass wir vom Hass wegkommen, vom Zorn und diesem ganzen Grollen und all diesem Zeugs. Sondern, dass wir aus reiner Quelle heraus ehrlich, aufrichtig, mit Liebe handeln. Licht im Leben muss erzeugt werden. Schatten entsteht von alleine. Du musst lernen, Licht zu erzeugen. Indem du gütig bist, dankbar bist, akzeptierst. Indem du Freude ausstrahlst. Indem du Liebe in dein Leben bringst. Aber das muss generiert werden. Diese Energie muss generiert werden. Du wirst merken, wenn du sie generierst, dass du auch viel mehr Energie hast, um mehr im Leben zu erreichen. Anstatt alles mit Kraft und Kampf und Härte zu tun und dass alles immer schwierig ist. Und wenn du bereit dazu bist, dann freue ich mich, dich auf der anderen Seite zu sehen. Ansonsten wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Nur das Beste von ganzem Herzen. Danke, dass es dich gibt. Schön, dass du dabei bist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Let's go, Chap. Action. Action.